ja leute hallo und recht herzlich willkommen heute wollen wir uns ein paar ein paar kleine kühe gönnen ja beleuchtung geht aber was nicht geht ist das hier toll so Vielen Dank. aber wir haben noch einen stall dann machen wir es eben da auch kein problem ach dann holen wir uns mal ein paar kühle so springen wir dann in den Träger und die guten brauchen ja auch schon mal ein paar footer müssen wir wieder hinten zum silo fahren wo wir das Futter produziert haben so so decken wir die Schichten auf so 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 futtern waren gleich im stall ja und der traktor ist ein bisschen breiter und 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 Warum nicht? Jetzt ist er wieder vor der Druck. Ah. 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 Sack ich da bloß! So, dann holen wir mal ein bisschen Stroh. Äh, haben wir es überhaupt noch? Hm. So, dann holen wir die Sack! So, dann holen wir die Sack! Wegen, siest einfach! Und dann auch wir partnered und beeinflusst! Also, der Sack ist das! So, dann geht's und dann geht's! So, dann geht's! So, dann sind wir sie jetzt dran vor! So, dann schnauим sie hier! So, dann geht's das noch! Schauen wir mal. Oh, auch so gut wie alle. Oh, auch so gut wie alle. Schauen wir mal ob im anderen Silo noch die Stroh ist. Schauen wir mal. 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 Kurz mal gucken, ob wir überhaupt noch genug Stroh für die Kühne haben. Jo, super. Nicht schnell noch Wasser geben. So. So. Das war's für heute. Wasm! Wasm! Gucken wir mal. Oh, Produktivität ist bei 99%. Und... So. 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 So Freunde. Aber das war's hier heute mit den Kühen. So. 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 So.